Ein Verbot der Steppen-App in China und bekannt werden von Hex, das System von Steppen auszutricksen, haben in der Nacht innerhalb von 24 Stunden einen richtig krassen Preis-Drop verursacht. Wir haben einen 25% Crash in der Nacht gesehen beim Steppen-Token, auch beim GST, dem In-Game-Token und das ist natürlich ziemlich wild. Damit einmal herzlich willkommen in diesem Video. Wir gehen ein bisschen in die Details, wie schwerwiegend jetzt wirklich die Folgen dieser Announcements sind und natürlich, ob sich vielleicht die Kurse doch erholen könnten. Dazu schauen wir uns natürlich On-Chain-Daten an und bleiben natürlich bis zum Schluss dran, denn wir verlosen wie in jedem Video 50 Dollar in Tokens, in Kryptowährungen. Diese möchtest du nicht verpassen, denn genau in diesen Bärenmärkten macht es Sinn, kleine Coin-Beträge zu akkumulieren. Wenn es ein 10x wird, dann hast du natürlich einiges mehr mitgenommen. Und ja Leute, wie haben es alle gesehen, die bei Steppen dabei sind, die Coins, die wir sehr gerne verdienen und jeden Tag gerne in unser Wallet aufnehmen, haben einen ziemlich starken Rücksetzer und zwar in Summe jetzt schon von den All-Time-Highs. Bei GST 85% vom All-Time-High innerhalb von nicht mal einem Monat, also den hat es schon ordentlich nach unten gezogen und ähnlich sieht es ja leider auch beim GMT aus. Das ist dann natürlich, weil die Kurse ziemlich ähnlich miteinander verflochten sind und beide In-Game gebraucht werden, dort hatten wir eine 80% Korrektur innerhalb von ebenfalls fast einem Monat. Grund dafür ist, da könnt ihr euch natürlich die Berichte in der Beschreibung ansehen, alle Quellen sind in der Videobeschreibung verlinkt. Steppen gilt als ziemlich gutes Projekt, weil sie wirklich ein paar Mechanismen drinnen haben, wie GPS-Tracking oder einen Schritte-Zähler, damit die Leute nicht schummeln können, um Rewards zu erhalten. Jetzt ist es allerdings, naja, ein Hacker-Skandal nicht unbedingt, das steht halt hier so schön drinnen, ist es einfach so, dass in letzter Zeit bekannt geworden ist, dass man bei diesem Spiel auch gut schummeln kann und ohne sich zu bewegen, einfach gratis mit den Schuhen die Rewards zu erhalten. Hier steht zwar auch wieder drin, dass das Blöde ist, dass die in GMT umgewandelt werden können, was aber meiner Meinung nach viel wilder ist, dass sie auch in Dollar, USDC ausgezogen werden können und dann hat man natürlich schon ein bisschen einen Cashflow, der rausgeht aus dem Projekt und das ist natürlich das Schlechte daran. Nur durch diese News steht zwar hier in dem Bericht, was ich natürlich noch ergänzen muss, um 40% zurückgegangen und zwar an seinen Jahrestief von 82 US-Dollar Cent und das ist natürlich schon ziemlich, ziemlich wild und hier steht auch, es ist abzuwarten, ob die Entwickler hinter der Fitness-App das Problem zeitnah ausmerzen können, um die Community zu beruhigen. Ich denke, da ist jetzt gar nicht mal so der große Fehler, weil wenn du die Schuhe fasst, dann kannst du ja natürlich auch nur für einen limitierten Teil GMTs ernten und Energieverbrauch, also das ist schon reguliert. Und Fakt ist, die Schuhe müssen ja gekauft und gelevelt werden und du bekommst durch dieses Hacking oder dieses Austricksen des Systems nicht mehr raus, als irgendwie, wenn du normal läufst. Also die Inflation ist damit auch nicht irgendwie deutlich höher oder sonstiges. Was allerdings wirklich ein größeres Problem ist, was einfach altbekannt ist, Leute, China, unser Lieblingsland der Kryptadaption hat jetzt tatsächlich auch mit Steppen ein Problem und daraufhin hat natürlich auch Steppen reagieren müssen. Ab dem 15. Juli dieses Jahres wird es nicht mehr länger möglich sein, mit einer P-Adresse, die quasi aus dem Landinneren von Chinas ist, die Steppen-App zu benutzen. Das zeigt einerseits, dass das Ganze doch nicht so dezentral ist, wie man es immer ja für selbstverständlich hält, sondern hier ist quasi wirklich die Firma dahinter, die Funktionen ein- oder ausschaltet. Das Ganze erinnert mich irgendwie so an Facebook ist hier nicht erlaubt, YouTube gibt es da nicht, auf Netflix gibt es in jedem Land andere Serien und und und. Also eigentlich ziemlich krass, das hat mich am meisten getriggert, dass Steppen gar nicht so dezentral ist, wie es scheint. Der Markt hat diese News, beziehungsweise auch das mit dem Hacken, auf jeden Fall überhaupt nicht gut angenommen, denn der GMT-Value ist von 1,40 beim Börsenstart auf 86 Cent gedroppt. Das sind 40% innerhalb der ersten 24 Stunden nach Verkündung dieser Announcements. Und das ist natürlich wirklich blöd. In China sind laut diesen Angaben eigentlich nur 5% der ganzen Steppen-Users, die circa auf 3 Millionen in Summe kommen. Schlecht ist es trotzdem, wenn diese 5% dann ihre Tokens und ihre Schuhe verkaufen müssen, weil sie sie bald nicht mehr nutzen können. Und wenn du hier nur einen kleinen Ausmaß annimmst, wenn 5% der Gesamtkapitalisierung, der gesamt im Umlauf befindenden Schuhe und GMT und GST irgendwie weg müssen, um natürlich dann auch noch Panic-Seller hinzukommen, da ist es schon ziemlich heftig, dass wir auf einen Minus 40% Drop kommen. Allerdings denke ich natürlich auch, dass dieser Crash nur kurz anhalten wird. Denn mein wichtigster Indikator bei dem ganzen Spiel, der ganzen Apps und dieses Projektes ist natürlich die Anzahl der neuen Nutzer. Denn aktuell ist es wirklich so, dass Steppen keine Einnahmen hat, außer die Gelder, die neuen Nutzer in den Markt und in die Coin-Paare reinbringen. Ein Schuh wird nur gekauft, wenn neues Geld von entweder neuen Spielern oder den bestehenden Spielern hineinfließt und die GST werden auch nur von neuen oder bestehenden Usern gekauft. Andere Möglichkeiten, die Kurse irgendwie hochzubringen, hat das Spiel noch nicht. Und da ist natürlich wichtig, die Charts anzusehen, On-Chain-Daten anzusehen, wie viele neue Spieler denn täglich ins Spiel kommen. Und die Zahlen, die sehen eigentlich noch gut aus. Auch wenn es eine abflachende Zahl ist, wir haben zumindest hier mehrere neue Spieler. Man muss hier denken, diese Leute, die hier eingestiegen sind, so seit über einem Monat schon, die sind sicher schon im Profit und können regelmäßig ihre Erträge auscashen. Vielleicht gibt es natürlich Leute, die sich dann irgendwie auf 30 Schuhe hochbringen wollen. Ja, allerdings ist das bei sinkenden Kursen dann meistens schon so, dass die Leute realisieren, okay, man muss ein bisschen was von seinem Investment rausziehen. Die neuen User, das sieht man auch, sind auch nicht irgendwie neue, leere Accounts. Nein, es sind auch Accounts mit einem Deposit drauf. Sprich, dort wird auch eine Einzahlung entweder in Solana gemacht, dort werden Schuhe gekauft und, und, und. Und das passt eigentlich ganz in Ordnung, so diese Charts. Man kann ja auch ganz klar an den Charts sehen, dass jeden Tag fast, also wirklich nur fast jeden Tag, mehr Solana im Spiel ausgegeben wird, als ausgezahlt. Also es wird mehr eingezahlt auf die Wallets, es werden mehr Solanas ausgegeben für Schuhe, als schlussendlich auch rausgenommen. Das ist hier der grüne Balken, das sind die Einnahmen und, ja, die roten sind die Auszahlungen aus den Apps, aus den Wallets der Apps. Ähnlich sieht es beim USDC aus, da ist es aber nur ganz knapp jeden Tag ein bisschen anders. Ich denke, diese Zahlen sind eigentlich stabil und zeigen jetzt noch keine deutliche Trendumkehr an, dass viele Leute auszahlen. Vielleicht hier in den letzten paar Tagen, ja, kann man annehmen. Ist aber jetzt noch keine tragische rote Candle, die hier deutlich über die grüne drüber ginge. Und auch auf der Binance Smart Chain sieht man, es wird hier noch deutlich fast jeden Tag mehr eingezahlt, als ausgezahlt. Ich glaube, das letzte Mal, wo mehr ausgezahlt wurde, sollte hier dieser Tag sein. Und das ist jetzt elf Tage her und seit den elf Tagen ist immer mehr Geld reingekommen, als rausgekommen. Natürlich wird es jetzt spannend, der Link auch zu dieser Quelle, zu dieser Seite, ist unten in der Videobeschreibung. Da kann man jetzt super beobachten, in den nächsten Tagen, wie sich diese News auf die Spieleranzahl verhält oder auswirkt, weil natürlich sollten wir hier jetzt einen drastischen Abfall sehen an neuen Kunden, an neuen Nutzern für das Spiel. Uff, dann sieht es ja jetzt schon mal gar nicht mehr so hübsch aus. Und ich habe erst letztens ein Video online gestellt, wo ich meinen Break-Even-Punkt erreicht hatte bei dem Spiel, nach insgesamt 33 Tagen. Da habe ich aber auch die Floor-Prize der Schuhe mit eingerechnet. Und weil diese jetzt auch gedroppt sind, bin ich tatsächlich nach 35 Tagen nicht einmal Break-Even in dem Spiel. Ist aber jetzt auch nur dieser unglückliche Zwischenfall, weil ich denke natürlich, dass wir diese negativen News hier problemlos irgendwie lösen könnten, weil eben die neuen Spieler dazukommen. Es kommt mehr Geld rein, als rausgezogen wird. Und sollten wir diesen Trend langfristig halten, dann kann sich das ja auch nur positiv auf den Kurs auswirken. Anders ist es ja nicht möglich, wenn mehr Geld reinkommt, als raus. Reine Mathematik. Sollten irgendwelche News sein, ich verlinke euch natürlich auch in der Videobeschreibung den Twitter-Kanal von Steppen selber. Dort kommen immer sehr pünktlich, sehr zeitnah Announcements und wichtige Ankündigungen. Deshalb drückt dort einfach mal auf Follow. Natürlich schadet es auch nicht, mir zu folgen auf meinem Twitter-Kanal, denn dort mache ich jeden Tag die Auslosung für das 50 Dollar Giveaway. Einfach meine neuesten Umfragen, ihr könnt da teilnehmen. Hauptsache ihr liked sie und ins Kommentar gebt ihr eure Tron Link Wallet Adresse. Das ist nicht eine Meta-Mask-Adresse oder eine Tron Wallet Adresse. Bitte aufpassen, weil ich kann es nicht kontrollieren, welche Wallet Adresse ihr da reinpackt. Wenn ich euch gewinne und ihr die falsche Wallet Adresse angebt, dann ist der Gewinn natürlich ins Nirwana geschossen. Deshalb von eurem Tron Link Wallet, das ist wie das Meta-Mask, das Tron Link Wallet, könnt ihr hier eure Wallet Adresse rauskopieren und in die Kommentare fetzen. Und dann werden wir die immer im Video live mit dem Random Comment Picker raussuchen. Weil die Kommentare nicht gezählt werden, müsst ihr auch liken. Nur unter den Likes kann ich dann einen Gewinner ziehen. Und ja, das wird auf jeden Fall hier, das Link ist not valid. Ach Gott, was ist nicht valid hier? Schauen wir mal, ob das irgendwie funktioniert. Trotzdem, wer den Post liked, der wird hier quasi zur Auslosung mit hinzugenommen. Es sind 61 Leute und von dem wird dann hier ausgelost. Und dem sein Kommentar suche ich dann, weil es kann mir leider auf Twitter keine Kommentare rausspucken. Der Holle32147 hat diesmal gewonnen. Perfekt, such mal raus das Ganze da. Dann bekommst du deine 50 Dollar in Socials. Ja, du hast keine Wallet Adresse angegeben. So, gut, gut, ja, gut, dann machen wir das halt einfach nochmal. Aber gut, gut, das war euer Glück. Chris Weiland, du hast dafür jetzt gewonnen. Schade natürlich, ich hätte es dir sonst auch gegönnt. So, er hat es hier richtig gemacht. Chris Weiland, perfekt. Dir schicken wir jetzt deine 50 Dollar in Social Swap Tokens. Das sind jetzt circa 1150 Stück. Ich würde es hodeln, bis sie auf ein 10x kommen. Dann hast du 500 Dollar. Das ist dann schon, was sich auszahlt. Oder du stakst sie einfach bis dorthin in der Social Swap App. Weil die haben uns das Geld zur Verfügung gestellt. Ich habe extra angefragt, weil ich verlose eigentlich meine Affiliate und Revlink Gebühren oder Provisionen, die ich bekomme. Aber ich habe auch angefragt, ob sie unser sponsert. Und sie haben uns gleich 500 Dollar zur Verfügung gestellt. Deshalb fettes Danke an euch nochmal. Dementsprechend, Leute, ich hoffe, ich konnte euch diese Sachen mit Steppen gut erklären. Beobachtet einfach die großen Indikatoren, die für uns wichtig sind. Neue Mitspieler, neue Deposits in das Spiel. Fließt mehr Geld rein als raus. Weil das ist natürlich für uns essentiell wichtig, um vielleicht eine Planung einstellen zu können, ob wir eher Geld auszahlen oder unsere Schuhe upgraden. Ich persönlich, ich werde weiterhin auscashen, solange die Kurse noch irgendwie so über 1 Dollar drüber sind von GST, werde ich schon noch auscashen. Also da wird es dann danach so unrentabel, dass ich vielleicht den Schuh auf Level 30 hochhole, weil es dann eh schon fast nichts mehr kostet. Bin natürlich gespannt, wie ihr zu dem Thema steht. Glaubt ihr, dass Steppen noch langfristig steigen wird, weil der Use Case und die User dazukommen und einfach alles passt, eine coole App ist? Oder sagt ihr, der Hype ist vorbei und das Ganze geht jetzt eher den Bach runter? Gerne könnt ihr eine Diskussion in der Telegram-Gruppe mit beitreten, das wäre natürlich spannend. Da haben wir sehr viele schlaue Köpfe mit drin und über 3100 Personen sind da schon drinnen und viele auch in Steppen. Deshalb schaut gerne vorbei, auch der Link ist in der Videobeschreibung. Damit lasse ich euch für heute schon wieder in Ruhe. Ich wünsche euch wie immer Happy Games im Kryptomarkt. Wir sehen und hören uns definitiv im nächsten Video. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.